Hallo liebe Community, ich muss mit euch ein paar sehr ernsthafte Sachen besprechen. Letzte Woche sind nämlich ein paar sehr unangenehme Sachen passiert und ich musste eine wichtige Entscheidung treffen. Wie ihr wisst, ist Transparenz mir ja extrem wichtig auf meinem Kanal. Deswegen möchte ich vollkommen offen mit euch darüber sprechen, was jetzt die letzte Woche passiert ist und was zu dieser Entscheidung geführt hat. Wir werden nämlich Deutschland jetzt wieder verlassen. Innerhalb der nächsten drei Monate werden wir nach Costa Rica ziehen und dort dauerhaft bleiben. Eigentlich wollte ich dieses Video erst in zwei, drei Jahren machen, wenn alles so ein bisschen ruhiger ist und die Sachen ein bisschen besser laufen. Aber wie gesagt, es sind letzte Woche so ein paar Sachen passiert, die uns jetzt zu einer schnellen Entscheidung gezwungen haben. Und in diesem Video versuche ich euch mal ein bisschen meine Hintergründe zu erklären, warum wir das jetzt gemacht haben und vor allem, warum das Ganze so schnell passiert. Wie ihr wisst, vor ungefähr einem Jahr hatte ich ja meinen Job gekündigt und wir sind von der Schweiz zurück nach Deutschland gegangen in meine alte Heimat, wo ich ja geboren bin und aufgewachsen bin. Das haben wir deswegen gemacht, weil durch die Kündigung meinem damaligen Job und meine daraus einhergehende Selbstständigkeit, bin ich natürlich ortsunabhängig geworden und kann natürlich auf der Welt arbeiten und leben, wo ich will. Und wir haben uns damals gesagt, wenn du schon dort leben kannst, wo du willst und ortsungebunden bist, dann machst du das halt nicht in dem Land mit den höchsten Lebenshaltungskosten und da gehört die Schweiz natürlich hinzu. Also haben wir uns gesagt, wir gehen von der Schweiz zurück nach Deutschland, um insgesamt wieder günstiger leben zu können. Außerdem haben wir uns auch gesagt, in Deutschland ist mein alter Freundeskreis, mein alter Social Circle, meine Familie ist da, die wir dann häufiger besuchen können, um generell auch wieder mehr Sozialleben zu haben, was ja in der Schweiz halt ein bisschen schwierig ist. Als dritter Punkt stand natürlich auch noch das Thema Immobilien in den Raum. Ihr wisst ja, ich habe damals meine Immobilien alle in der Ferne gekauft. Ich habe in der Schweiz gelebt und in Deutschland investiert. Und das habe ich jetzt mal als gute Möglichkeit gesehen, zu meinen Immobilien zu ziehen, direkt hier nach Leipzig, wo meine Immobilien sind, um noch einen besseren Überblick zu haben und die Sachen vielleicht ein bisschen besser organisieren und managen zu können. Ja, dann sind wir letztes Jahr hierher gezogen, erst nach Taucher und dann noch nach Leipzig, direkt hier zu meinen Immobilien. Und in einigen Bereichen hat sich da ziemlich schnell Ernüchterung breitgemacht. Der erste Bereich sind halt die Lebenshaltungskosten, weil natürlich hast du hier viel weniger Lebenshaltungskosten in Deutschland als in der Schweiz, was halt zum Beispiel Ernährung angeht, was auch Wohnkosten angeht und so weiter. Aber dem steht natürlich auch gegenüber immer die ganze steuerliche Belastung. Weil du musst mir überlegen, in der Schweiz habe ich ungefähr 12 bis 13 Prozent Steuern gezahlt auf mein damaliges Jahreseinkommen von ungefähr 120.000. Und in Deutschland bin ich sofort mit 30, 40 oder 45 Prozent Steuersatz dabei, weil natürlich hier die Besteuerung extrem viel höher ist. Und das macht natürlich die geringeren Lebenshaltungskosten wieder sofort zu Nutze. Und je mehr man verdient, desto höher packen einen natürlich dann die Steuern. Und das war nicht wirklich das, was ich mir ausgerechnet habe. Da war ich vielleicht auch ein bisschen blauäugig, muss ich sagen. Aber gut, so ist es nun mal gewesen. Außerdem kommt natürlich hinzu, klar, in der Schweiz, wenn du dort selbstständig bist, musst du noch weiter in die Pensionskasse einzahlen. Das hast du hier in Deutschland nicht. Aber dafür hast du insgesamt in Deutschland so viel Bürokratie, wo du dich anmelden musst, ummelden musst, wo du tausend Formulare ausfüllen musst und wo alles einfach tausend Jahre länger dauert und du gefühlt viel weniger Leistung dafür kriegst. Bestes Beispiel meiner Krankenkasse. Jetzt in Deutschland bezahlen wir ungefähr genauso viel für die Krankenkasse wie in der Schweiz, haben aber viel weniger Leistung. Und das ist halt echt eine Sache, die mich auch ankotzt. Also die Sache mit den Kosten, die war vielleicht am Anfang nicht ganz so gut durchdacht. Und das ist ein Grund, der damit reinspielt, aber bei Weitem nicht der wichtigste. Der zweite Grund war natürlich, warum wir zurück nach Deutschland gekommen sind, dass wir dann wieder häufiger unsere Familie und auch unsere Freunde sehen. Und was soll ich sagen? Ja, Pustekuchen. Da hat uns Corona einen riesengroßen Strich durch die Rechnung gemacht. Und alles, was wir uns da ausgemalt haben, findet nicht statt. Weil es gibt sehr viele Probleme, Freunde zu besuchen. Entweder darfst du sie gar nicht besuchen, weil es ja Reiseverbote sogar innerhalb von Deutschland gibt. Familie können wir auch nur sehr schwierig besuchen. Einige Leute sagen von sich aus, wir dürfen nicht, weil wir wissen nicht, ob das sicher ist, ob das überhaupt erlaubt ist. Und das ganze soziale Leben ist ja wirklich zum Maliegen bekommen. Du kannst auf keine Stammtische mehr gehen, du kannst auf keine Kongresse mehr gehen. Also auch Hobbys fällt schwer, wenn du sagst, du willst irgendwo gemeinsam schwimmen gehen, du willst mit den Kindern irgendwo in so ein Spieleparadies gehen. All das gibt es halt nicht. Also der Lockdown und Corona haben dazu geführt, dass genau das Gegenteil von dem eingetroffen ist, was wir uns geplant hatten. Wir haben ja in der Schweiz, in der Schweiz bist du ja, was den Social Circle angeht, ziemlich ausgegrenzt. Wenn du nicht lange da bist, es fällt extrem schwierig, dort Kontakt durchzuknüpfen und ein soziales Leben zu haben mit vielen Freunden und so weiter. Und das wollten wir ja genau ändern, indem wir nach Deutschland gekommen sind. Und das ist halt hier komplett zum Maliegen bekommen. Und gerade in Deutschland ist es ja mit dem Lockdown, Lockdown an, aus, an, aus, extrem schwierig, überhaupt irgendwie was zu planen. Und du kannst ja nirgendwo hingehen, die Bars sind geschlossen, Restaurants sind geschlossen, kannst nicht ins Kino gehen, also kannst quasi gar nichts machen. Und demzufolge ist dieser Punkt mit dem sozialen Zirkel eigentlich auch komplett hinfällig. Dass es andere Länder gibt, die das anders machen, ist eine andere Geschichte und ich will das auch gar nicht bewerten. Ich sage einfach nur, wie die Situation gerade hier in Deutschland ist. Der nächste Punkt war natürlich, dass ich gesagt habe, okay, wenn du in Deutschland bist, dann kannst du auch näher an deinen Immobilien sein und hast davon große Vorteile. Also ich habe das Ganze ausprobiert bei dem Thema Renovierung und Sanierung. Ja gut, ich kann es mir anschauen, also ich habe mir die Sache angeschaut, ich habe auch sehr viel gelernt, aber Sachen selber machen tue ich ja trotzdem nicht. Bei meiner großen Baustelle, dort habe ich jetzt einen Architekten, dort habe ich einen Bauleiter, die sich um die Sachen kümmern, die das Ganze koordinieren, die mir Feedback geben. Und natürlich kann ich auf die Baustellen fahren und den Fortschritt sehen, aber wirklich bewerten, gerade bei den großen Gewerken, kann ich das ja überhaupt nicht. Und dafür ist ja der Architekt und der Bauleiter da, um mich zu unterstützen. Und mit dem Architekt und dem Bauleiter ist es eigentlich völlig unwichtig, ob ich jetzt weiter in der Schweiz bin, ob ich in Deutschland bin, ob ich in Costa Rica bin. Ich telefoniere mit denen, wir treffen zusammen Entscheidungen und dann geht es weiter. Ich habe jetzt auch mal angefangen, das Thema Material bestellen auszuprobieren, hat auch nicht so viele Vorteile gebracht, wie ich mir gedacht habe, vor allem wegen hohen Opportunitätskosten. Auch das Thema Neuvermietung habe ich jetzt in einer Wohnung mal ausprobiert. Okay, natürlich kann man damit Geld sparen, aber du musst ja dann erstmal die Sachen inserieren, musst es aufbereiten, du musst einen Besichtigungstermin fahren. Dann ist nicht gleich die erste Besichtigung auch eine Zusage, du verbrätst da also so viel Zeit, dass ich gesagt habe, am Ende lohnt sich das doch überhaupt nicht für mich. Und meine Zeit ist mir eigentlich viel zu wertvoll, um diese Sachen dauerhaft zu machen. Und demzufolge hat es überhaupt gar keine Vorteile für mich, näher an meinen Immobilien zu wohnen. Vor allen Dingen, wenn man immer sieht, was für Nachteile hat das Ganze. Also der Punkt ist mittlerweile auch hinfällig geworden. Und nachdem ich gemerkt habe, alle Punkte, weswegen wir jetzt nach Deutschland gezogen sind, die bringen es nicht, oder die haben nicht die Vorteile, die wir haben. Und dann kommt auch noch diese schlechte, negative, depressive Stimmung gerade hinzu. Wir Deutschen sind ja nun mal ein Volk, wir sind immer sehr, ich will nicht sagen depressiv, aber wir sind eher viel negativer und viel zurückgezogener, eher pessimistischer. Und das merkt man extrem, vor allen Dingen, wenn man den direkten Vergleich hat mit anderen Ländern. Wir waren ja im Januar und im Dezember waren wir anderthalb Monate in Costa Rica und haben ja eine völlig andere Lebensweise kennengelernt. Ich meine, Costa Rica ist ja auch im Corona drin, aber die gehen damit halt völlig anders um. Die hatten dort keinen Lockdown, alles ist geöffnet. Du kannst an den Strand gehen, du kannst in den Zoo gehen. Die tragen natürlich auch alle über ihre Masken, auch in den Restaurants und sonst was. Und die arbeiten auch daran, Impfstoff zu finden und so weiter. Also sie ignorieren das Thema nicht, aber sie gehen damit einfach anders um. Insgesamt hast du dort ein viel, viel besseres Klima. Die Leute sind weniger depressiv. Ich meine, die Kostarikaner sind nun mal viel lebensfreudiger als wir Deutschen. Und das merkt man. Und wir hatten wirklich den kompletten Vergleich mit Costa Rica und jetzt wieder in Deutschland. Und dazwischen liegen Welten. Und da muss man sich wirklich entscheiden, wenn du ortsunabhängig leben kannst, wo willst du denn leben? Wo fühlst du dich besser? Und da haben wir festgestellt, dass es uns deutlich besser geht, wenn wir in Costa Rica leben. Für mich ist es auch noch ein kleiner gesundheitlicher Aspekt, weil ich habe halt eine Hausstauballergie. Und in Costa Rica war das gar kein Problem wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Und wenn du am Meer bist, auch mit dem Salz gehaltener Luft. Und wir waren irgendwie zwei, drei Wochen wieder in Deutschland. Und ich habe es sofort wieder gespürt mit der Allergie und auch mit ein bisschen Atemproblemen, was das angeht. Also auch gesundheitlich geht es mir in Costa Rica besser als hier. Und dann hatten wir uns auch mal ein bisschen umgeschaut. Ja, was für Optionen gibt es denn da wirklich zu wohnen? Und vor allen Dingen, wenn wir vergleichen, das Wohnen dort drüben ist ja auch günstiger. Also die Lebenshaltungskosten sind günstiger, wenn man nicht direkt in den Touristenvierteln wohnt. Und für das gleiche Geld, was man dort ausgibt, was wir sonst hier in Deutschland ausgeben würden, bekommt man dort einfach viel mehr. Ich habe mal geschaut, für das Geld, was wir jetzt für unsere Wohnung hier in Leipzig ausgeben. Ich meine, wir haben eine gute Wohnung in Leipzig, eine schöne Wohnung. Und die kostet auch ein bisschen Geld. Aber wenn ich mir überlege, was ich dafür in Costa Rica bekomme, dafür bekomme ich einen ganzen Glaspalast direkt am Strand. Ich zeige dir mal die Bilder, weil wir haben uns jetzt umgeschaut, wo wir auch hinziehen würden. Weil wir haben ja durch die Familie meiner Frau gute Kontakte. Und wir haben jetzt auch ein richtig schönes Haus gefunden, was ungefähr dieselben Kosten sind. Ein bisschen weniger so als das, was wir jetzt hier in Leipzig haben. Also von den Kosten, von den Wohnkosten wäre es für uns kein Umstieg. Und das ist aber eine viel, viel schönere Bleibe. Es ist ein schönes Haus, was schön hell ist, was groß ist, was auch direkt am Meer ist mit einem schönen Klima. Also vom Lebensstandard von der Lebensqualität ist das ein extrem großes Upgrade, was natürlich auch bei der Entscheidung mit hinzugeführt hat. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch das Thema, nicht nur Lebenshaltungskosten, sondern auch Besteuerung. In Deutschland ist ja glaube ich das Land mit der höchsten Besteuerung weltweit, wenn du die Einkommenssteuer nimmst, wenn du die Mehrwertsteuer gibst, wenn du alle möglichen Sondersteuern wie auch an der Tankstelle mit dazu nimmst. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu Costa Rica. In Costa Rica hast du Territorialbesteuerung, das heißt Einkünfte, die du im Ausland hast, werden dort nicht versteuert, sondern nur Einkünfte im Inland. Und gerade wenn du ein Unternehmer bist mit internationalen Kunden, du dein Geld also woanders verdienst, weil sowohl meine Mieter sind ja in Deutschland immer in Immobilien, als auch meine Kunden für meine Bücher, für mein Mentoring und so weiter sind ja auch dann im Ausland, also in Deutschland, wenn ich in Costa Rica bin und dann muss ich quasi darauf keine Steuern zahlen. Und ob du jetzt 30 oder 35 oder 45 Prozent Steuern zahlst oder vielleicht 5 oder 10 oder vielleicht sogar gar nicht, das macht auch nochmal einen riesengroßen Unterschied und da fällt einem natürlich die Entscheidung nicht schwer. Wir haben alle diese Punkte dann letzte Woche zusammen im Kreis der Familie besprochen und nachdem wir auch immer mehr gemerkt haben, wie depressiv die Stimmung in Deutschland ist, wie negativ das Ganze ist, haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht weiter mitmachen, da haben wir keine Lust drauf, weil das zieht uns selber auch extrem stark runter und wir haben eine Entscheidung getroffen und gesagt, nein, uns reicht es, wir gehen jetzt nach Costa Rica. Wir haben direkt mit unserem Vermieter gesprochen, wir haben die Wohnung jetzt gekündigt zum 30. Juni, also noch innerhalb des März, haben auch direkt einen Flieger gebucht für den 29. Juni, haben dort einen Direktflug direkt von Frankfurt nach Costa Rica und am 30. wird die Wohnungsübergabe hier von unserer Leipziger Wohnung meine Mama dann machen, die kommt extra her, die macht die Wohnungsübergabe, dass das auch alles läuft, aber dann sitzen wir schon im Flieger nach Costa Rica, quasi dahin, wo wir dann dauerhaft leben wollen. In Costa Rica haben wir uns auch schon, wie gesagt, das Haus organisiert, wo wir einziehen werden. Das Gute ist, dadurch, dass meine Frau dort Familie hat, haben wir direkt jemand vor Ort, der das alles für uns organisieren kann. Wir müssten nur den ganzen Papierkram machen, das konnten wir aber locker auch von hier aus machen und demzufolge fliegen wir da rüber, haben direkt unser Haus und können direkt einziehen. Natürlich haben wir einiges an Bürokratie dort zu erledigen, aber dadurch, dass meine Frau ja die costarikanische Staatsbürgerschaft hat und das für mich dann quasi Familiennachzug ist, ist es auch gar kein Problem für uns dort einzureisen, dauerhaft zu leben und quasi auch einen Aufenthaltsstatus zu haben. Unsere ganzen Möbel, die wir jetzt hier in der aktuellen Wohnung haben, die werden wir übrigens dann ja nicht verkaufen, sondern wir werden die nutzen. Und zwar mein Mehrfamilienhaus in Chemnitz hat es ja dann oben das, was ich gerade saniere, hat es ja eine große Dachgeschosswohnung, eine große Penthouse-Wohnung mit über 160 Quadratmeter. Und die Möbel werden wir dort einbauen und das Ganze quasi möbliert vermieten. Wir werden unsere Einbauküche dort mit übernehmen, da sollte ja sowieso eine Einbauküche mit rein und das hat den großen Vorteil, dass ich dort keine neue Küche kaufen muss. Und unsere jetzige Küche, die wir hier hatten, die ja eigentlich für uns gedacht war, die können wir dann doch dort einbauen. Natürlich ist das dann etwas teurer und eine sehr hochwertige Küche für diese Wohnung, aber mein Gott, bevor wir die jetzt hier vergammeln lassen, bauen wir die ein und die Möbel können wir dort auch ganz normal nutzen und das Ganze möbliert vermieten. Ein Punkt noch zu unserem neuen Haus dann in Costa Rica. Wir werden auch auf die Karibikseite ziehen, weil dort natürlich das Klima viel besser ist. Dort ist die tropische Seite von Costa Rica und wir haben gemerkt, als wir da waren, wir waren ja ungefähr zwei, drei Wochen auf dieser Seite, dass dieses Klima mir auch viel, viel besser getan hat mit meiner Allergie. Und ich dort viel besser atmen konnte und mich generell auch viel, viel besser, viel wohler gefühlt habe, generell vom Gesundheitlichen. Weil ich mag es, wenn das halt insgesamt eine etwas bessere Luftfeuchtigkeit hat, weil auf der linken Seite von Costa Rica, da ist natürlich sehr viel Sonne und sehr trocken. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Deswegen ziehen wir in die Karibikseite. Ja, also das waren so die Hauptgründe, warum wir uns jetzt entschieden haben, doch darüber zu ziehen, nach Costa Rica dauerhaft und nicht in Deutschland zu bleiben. Ich hoffe, du kannst das ein bisschen nachvollziehen. Auch nachvollziehen, dass wir jetzt da eine sehr schnelle Entscheidung gefunden haben. Und wenn du das nicht nachvollziehen kannst, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass wir heute den 1. April haben. Also April, April, das war natürlich mein April-Scherz für heute. Und eventuell hast du schon früher gemerkt, dass ich das Ganze nicht so ernst meinte. Ich musste mir auch während der Videoaufnahme immer ein bisschen das Grinsen verkneifen. Aber wir ziehen natürlich nicht nach Costa Rica, sondern wir bleiben in Deutschland. Sicherlich ist das mal irgendwann geplant, dass wir rüberziehen. Aber erstmal möchte ich natürlich noch meine ganzen Immobilien noch fertig machen, meine Baustellen, meine Renovierungen fertig machen, dass es alles in trockenen Tüchern ist. Ich will mein Portfolio ordentlich konsolidieren, dass alles sehr, sehr stabil ist. Und während irgendwann mit ruhigen Gewissens, wenn mein Portfolio ruhig, passiv, automatisiert läuft, ohne größere Probleme und einen ordentlichen Cashflow abwirft, dann überlegen wir uns, ob wir dauerhaft nach Costa Rica ziehen oder vielleicht eine Hälfte des Jahres, gerade in der Winterzeit, dort leben. Und ansonsten hier in Deutschland leben oder vielleicht auch woanders auf der Welt. Weil gerade auch mit kleinen Kindern kannst du ja nicht von heute auf morgen immer das Land wechseln. Das geht ja nicht wegen der Schule und wegen vielen anderen Sachen im Freundeskreis. Deswegen war das natürlich ein kleiner April-Scherz. Eventuell hast du es ja auch schon im Frühjahr gemerkt. Schreib mal einfach in die Kommentare, ab welchem Punkt du im Video gemerkt hast, dass ich es doch nicht ganz so ernst meine und dass es ein kleiner April-Scherz war. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich habe dich ein bisschen zum Schmunzeln angeregt. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo ja alles nicht ganz so rosig hier ist, weil da ist natürlich was Wahres dran. Aber wir lassen uns die Lebensfreude nicht vermiesen und deswegen wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten 1. April, ein schönes Osterwochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Alexander vom Vermietertagebuch.